Wie ist der Ort für Menschen Schmerzen? Das schmerzfreie Sterben ist auch für sie wichtig. Es ist nicht die Botschaft, das musst du als Mensch ertragen, weil wir so sündig sind, sondern es ist die Botschaft, die ja auch der Stifter mit auf den Weg gegeben hat. Jeder, der unterwegs ist, wird von Gott geliebt. Diese einzigartige Stellung von Menschen, der lässt uns Bethel als nicht nur ein lokaler Ort, sondern als eine bundesweite Bewegung, eigentlich eine Bewegung ohne äußere Grenzen erfahren. Wir sind nicht allein und nicht allein gelassen und gemeinsam können wir viel Besseres schaffen, Menschen verändern und ihnen Hoffnung geben. So wie du bist, so wie du bist, so bist du für mich der Sonnenschein.